Max! 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 Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube! Heute gibt es hier Vorstellungen über die Realität Geschwister, so wie wir es aussehen. Und dann jetzt viel Spaß mit dem Video! Vorstellungen! Max! Aufstehen! Max! Max aufstehen, komm! Machen, Schuiste! Morgen! Morgen, Leute! Ja? Schmacy gekommen! Realität He e hauf! Nein, sterf! Sterf! Hau, Mann. Was ist? Mann,誰 kommt dann! Ich habe Hunger! Oh mein, nein! Aufstehen! Vorstellungen. Max, ich muss auch lange mal rein. Ja, komm rein. Realität. Man, ich muss ja rein. Ich bin ja drin. Ich bin ja vom Wasserkopf. Wo kommt denn her? Komm, komm, komm. Ja, komm, Mann. Vorstellungen. Guter Pies. Merkst du ein Teller noch da? Ach ja, klar. Hier, nimm den. Kannst du den. Realität. Kannst du was dann? Ich glaube, es wird schlecht. Ich hab jetzt nichts mehr. Was ist mit dir? Ne, das ist leer. Also leider haben wir keines mehr. Willst du? Ne, ne, alles gut. Ist das in Ernst? Nein, du wolltest sowas haben, oder? Da ist aber leider nichts mehr drin. Das ist leer. Vorstellungen. So, Ash, du musst einmal drüber raus. Genau. Jetzt musst du den erstmal rum bekommen. Ein bisschen probieren, ein bisschen weiter, weiter. Genau. Ja, weiter, weiter. Erst loslassen gleich. Nein! Beim nächsten Mal schaffst du das. Ja. Du musst ein bisschen früher loslassen, dann geht das. Okay? Realität. Also, du musst jetzt Anschwung nehmen. Ja, ne, nicht mit der Hand. Du musst das mit dem gelben. Genau. Das können wir hier hinten schön machen. Genau. Weiter, weiter, weiter. Ja. Du musst einmal rum. Und jetzt kannst du hinterher einfach loslassen. Ah, schade. Aber nächstes Mal klappt es... Man, dein, ich tese den ***. Wusstest du das? What? Man, das geht doch auf diesen ***. Denkst du irgendwie schaffst diese ***? Vorstellung. Kinder Essen ist fertig. Ja, wir kommen. Was liefst du heute? Ich bin da voran. Ich bin da voran. Ach, bin nett von dir. Kommst du. Ja. Realität. Kinder Essen ist fertig. Essen ist fertig. Kommt ihr? Eine Ewigkeit später. Hallo? Kinder Essen ist fertig. Essen ist fertig. Ja. Na schon. Ich geh zuerst hin. Nein, du gehst nicht zuerst. Ich geh. Komm mal. Vorstellung. Oh, was spielst du denn da? Minecraft. Und du? Minecraft. Ja, ich wollte es mit dir zusammenspielen. Guck mal. Du konntest da was bauen, genau. Warte. Ich hab noch was zu dir. Am besten baust du die Blöcke da. Ja, genau. Mit der Spitzsack. Okay. Realität. Was spielst du denn da? Minecraft und du? Das ist voll falsch, was du da machst. Du machst das komplett richtig, Mann. Nein. Guck mal. Guck mal, ich baue mir Diamanten ab. Du baust Diamanten mit der Holzspitzsack ab. Mach ich gar nicht. Doch, natürlich. Das ist eine Holzspitzsack. Das geht auch gar nicht. Ein Zombie mit einem Holzschwert. Wie dumm muss man sein? Das geht doch. Hauptsache, der ist tot. Aber du baust Diamanten ab mit einer Holzspitzsack. Davon geht das nicht. Ich lerne das mal zu spielen. Du kannst ja überhaupt nichts. Ja, guck mal. Weißt du was? Du f***ig hast ausgebaut. Das ist auch Erde. Aus Erde überlegen mal. Da kommt ein Queen und ein Hauseschrott. Jetzt zischt selber ab, Mann. Vorstellung. Mitch? Ja? Kannst du mir bitte helfen kommen? Wobei denn? Bei 1x1. Ach. Machst du Hausaufgang gerade? Ja. Ja. Ja, Klaas. Wo brauchst du mehr für? Ja, 1x1. Ach, schreib einfach 1 hin. Okay. Also 1x1 ist gleich 1. Einmal deinen Daumen. Da hast du auch noch einen. 1x1 ist 1. Okay. Einfach 1 hinschreiben, dann geht das. Und 1x5? Was ist? Und wenn du 1x5 hast? Also 5x1. Hä? Du hast 1x1 und 5. Wie viel ist das? 1x5. Ist 5. Ganz gleich. Schreib hin und lass uns alleine hin. Realität. Max? Hm. Ich brauch Hilfe. Max, ich brauch Hilfe. Max! Max! Alter, was willst du? Boah, was ist das für Hilfe? Bei 1x1. Mathe? Schule? Ja, 1x1. Boah, keine Ahnung. Das brauch ich nicht mehr. Ich kann zählen die Klasse. Und 2x8. Ey, die Aufgaben brauchst du nicht mehr. Dann sag jetzt! Das brauchst du später eh nicht. Das ist 2x8. Lass den Schatz. Vorstellung! Soll ich dir mal ein bisschen helfen beim Aufbauen? Ja. Warte, wo ist der Ding? Der fehlt hier. Ein Skelett. Ja, den kannst du auch noch zuschauen. Guck mal, was ist der? Vielleicht sind ja mal Schweinbereiche. Nein, das sind... Zombie, äh, Pigmen. Ja. Genau. Stell darauf. Ich hab Kollegen, die von den Schuhen geschwänzt hast. Wie? Aber ich sag das Mama und Papa nicht. Ach so, oh, danke schön. Danke. Werde ich bei dir auch nichts sagen. Realität. Hey, Ash. Hallo. Kann ich dir helfen? Hm? Warte, ich würd den gleich dahin stellen, Warte. Nix. Ja. Ich hab gemütlich, wenn du deine Schule geschwänzt hast. Wie? Ja. Nein, warum? Ja, ist doch egal. Sag einfach nichts. Doch, ich sag das. Mama, Papa! Mama, Papa! Papa! Nix hat die Schule geschwänzt. Mama, hör doch mal zu! Oh, du musst ihm jetzt Hausagress geben. Alles. Du musst ihm das Handy aufziehen. Du musst ihm 1000 Euro vom Konto abgeben. Vorstellung. Boah, die Popcorns sind voll lecker, ne? Und das ist von Mama. Mhm. Und das sind auch voll gerecht, weil du warst halt eben... Du bist groß und hast auch eine größere Schüssel. Ja, genau. Und du bist halt kein mehr Essen, ne? Mhm. Realität. Boah, die Popcorns sind voll lecker, ne? Mhm. Schmeckt's? Ja. Ey, kannst du mir mal so eine große Schüssel essen? Die ist so eine kleine. Guck dir an, du bist sowieso. Vorstellung. Also, wir lernen jetzt, wie man passt, richtig? Du spretst das eine Bein hier hin, dann nimmst du das andere Bein und machst so. Du musst waagerecht sein, okay? Bis hin? Ja, genau, richtig. Und so geht es immer mehr, immer weiter. Oh, du kannst schon so viel? Richtig gut. Realität. Kannst ja gar nichts. Das war jetzt Vorstellung versus Realität unserer Geschwister, ne? Mhm. Und wie ist es bei uns eher Forschung oder eher Realität? Ich vermute eher Realität. Aber war auch nicht natürlich genauso. Ist bei uns natürlich auch ein bisschen anders. Und ich würde sagen, das war's jetzt hier von uns. Hier kannst du den Ball gern haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020